Hallo und guten Abend zum letzten Step von Open Online bei FotoUniversal. Wir haben noch ein paar Highlights heute für Sony und wir haben den Max wieder zu Gast, der uns dann ein bisschen was zu den aktuellen Highlights der Sony Objektive sagt. Max, ich habe immer wieder ein Problem mit den Bezeichnungen der Sony Objektive. Sony hat ja verschiedene Schienen, also Objektivschienen sage ich jetzt mal dazu. Vielleicht kannst du da was dazu sagen, also es gibt Sony G, Sony Zai, Sony GM. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen, wie sich diese Objektive unterscheiden beziehungsweise einfach mal ein paar Unterschiede dazu erklären. Also das Sony ZA Objektive, das sind die Objektive, die in Zusammenarbeit mit der Firma Zeiss zusammengebaut worden sind, wie in dem Fall jetzt hier einmal das 55mm 1.8 Objektiv. Das ZA hierfür steht einfach Zeiss Objektive für das Alpha System. Ah, okay. ZA, Zeiss, Alpha praktisch. Ganz genau, richtig. Aber wir haben hier auch dann trotzdem noch diese typischen Zeiss Namen wie Sonar und Planner. Genau, die sind da trotzdem mit eingearbeitet worden, damit man trotzdem auch ein bisschen noch erkennt, dass da auch wirklich Zeiss mitgewirkt hat. Genau, dann gibt es die G-Serie, die schon hervorragende Bildqualitäten und Verarbeitungsqualitäten haben. Das ist in dem Fall jetzt zum Beispiel hier das 16-55mm Objektiv für den APS-C-Sensor, was letztes Jahr auf den Markt gekommen ist. Die stechen einfach nochmal hervor mit sehr guter Bildqualität und sind einfach nicht so teuer, dass man auch wirklich für die Hobbyfotografie die auch wirklich nutzen kann. Dieses G bei den G-Objektiven steht für Goldstandard, einfach, dass es ein hoher Standard schon ist. Und in dem Satz dann auch natürlich G-M-Objektive, die G-Master-Objektive, heißen einfach Goldmaster-Objektive. Ah, okay, Goldmaster. Die überzeugen auch nochmal durch sehr große Abbildungsleistungen, durch sehr große Blendenöffnungen, meistens 2,8 bei den Zoom-Objektiven oder 1,4 bei den Festbrennweiten und haben nochmal die XA-Linsen, die extra-asphärischen Linsen, die das einfach nochmal Farbsäume nochmal verbessert verarbeiten, dass die nicht zu sehen sind. Das heißt also, wenn man das richtig versteht, wäre natürlich jetzt für eine Sony Alpha 4, Alpha R4 mit der hohen Auflösung von 60 Millionen Bildpunkten, empfiehlt man wahrscheinlich dann in jedem Falle die G-Master-Objektive dann. Ganz genau. Ich denke mal, dass die dann praktisch auch die Auflösung der Kamera bringen. Richtig. Und natürlich auch den superschnellen Autofokus. Autofokus dann zusetzen, ja. Richtig. Es bleibt ja nicht bei den Bezeichnungen G und ZA und Gm. Dann gibt es ja noch Unterschiede, Vollformat und APS-C-Objektive. Richtig. Und dafür gibt es ja auch eine Bezeichnung. Ganz genau. Da gibt es einmal die FE-Objektive, die einfach die Bedeutung Full-Frame E-Mount-System haben und die E-Objektive, E-Mount-Systeme, die dafür dann stehen, dass man die für den APS-C-Sensor nutzen kann. Natürlich kann man alle FE-Objektive ohne Probleme an der APS-C-Kamera, einer Alpha 6000, dran machen. Andersrum, die E-Objektive kann man natürlich auch an die Vollformat-Kamera machen. Dafür haben wir ja dieses One-Mount-System, dass man wirklich alle Objektive, sei es APS-C-Sensor oder Vollformat-Sensor, an die jeweiligen Kamerasysteme dran schrauben kann, aber auch an die Profi-Videokameras. Heißt, alle Objektive, die wir hier haben, können auch an eine FX-Kamera dran geschlossen werden. Genau. Und man muss halt dann nur beachten bei den E-Objektiven, dass man dann den Super 35 Millimeter Einstellung aktiviert hat, da man sonst natürlich diese schwarze Verzeichnung haben. Okay. Lass uns doch vielleicht einmal geschwind noch über die einzelnen Brennweiden reden. Also Sony hat die Bezeichnung des Steps heute, nennt sich ja Sony Highlights, Objektive. Und da gibt es wohl momentan ein ganz tolles Superobjektiv im Weitwinkelbereich, im Weitwinkel-Zoom. Richtig. Wenn du uns das mal vielleicht zeigen könntest. Welches ist das? Das ist hier das 12 bis 24 Millimeter Objektiv. Das ist jetzt neu auch. Es ist, ich glaube, nur ein paar Monate alt. Es ist mit einem neuen Fokusmotor auch eingearbeitet worden, dass das wirklich auch schnellen Fokus natürlich standhält. Auch jetzt zum Beispiel in der neuen 7S III, über die wir ja morgen mal reden, aber auch in der 7C, über die wir es ja heute Vormittag schon mal hatten. Weil das müssen die ja mittlerweile einfach standhalten. Was bringt mir denn eine superschnelle Fokuskamera, wenn die Objektive nicht schnell genug wären? Ja. Genau. Das ist wirklich hier bei diesem Objektiv der Fall. Und die Linsen sind wirklich so gut verarbeitet, dass wir fast keine Verkrümmungen mehr am Randbereich haben, was ja viel gerade im Ultraweitwinkelbereich ist. Ich meine, 12 Millimeter ist ja enorm. Also bei 12 Millimeter, bei Vollformat, ist ja im Grunde genommen, muss ich ja aufpassen, wahrscheinlich, dass ich meine Füße nicht mit draufkriege. Genau. So ähnlich. Also es ist aber kein Fisheye-Objektiv, sondern es ist also wirklich ein richtig gutes Weitwinkel-Objektiv. Ultraweitwinkel. Ein Ultraweitwinkel, das praktisch verzeichnungsfrei ist. Ich weiß natürlich, das Objektiv liegt bei dreieinhalb, so was. So in etwa. Das ist natürlich auch nicht gerade ein Schnäppchen. Aber ich denke mal, für einen Architekturfotografen das Ideale. Oder für den klassischen Landschaftsfotografen, denke ich mal, ist es das richtige Objektiv. Ganz genau. Richtig. Wie sieht es denn aus mit Festbrennweiden? Haben wir da noch irgendwie ein interessantes Objektiv dabei? Natürlich. Wir haben hier zum Beispiel das 24 Millimeter mit Blende 1,4. Hat auch einen neuen Fokusmotor bekommen, um das wirklich standzuhalten. Das Besondere bei den Festbrennweiden G-Master Objektiven ist wirklich der eingebaute Blendenring. Den kann man wirklich, da kann man am Objektiv selber die Blende einstellen und hat noch den Vorteil, dass man hier drüben den Klickschalter hat. Heißt, man kann entweder die Blenden wirklich über Stufen hinweg einstellen oder indem ich das Klicken deaktiviere, dass das wirklich flüssig verschoben werden kann. Praktisch stufenlos dann? Ganz genau. Gerade für den Videofilmer ist das dann ganz interessant. Richtig. Für die, die das manuell wirklich umstellen wollen, ist das ideal. Für die, die jetzt eine 7S III haben, werden dann wahrscheinlich der Kamera selber benutzt. Haben wir noch irgendwas im Weitwinkelbereich? Da sind wir, das sind sozusagen die zwei Top-Objektive. Einmal das 12-24. Das ist eigentlich ein exzellentes. Ich habe auch schon viel darüber gelesen und auch schon Bilder gesehen. Also das ist wirklich bombastisch. Also gerade im Architekturbereich kann man hier also wirklich supertolle Sachen machen. Richtig. Auch im Porträtbereich haben wir ein bisschen was. Richtig. Da wäre welches Objektiv jetzt für den klassischen Porträtfotografen interessant? Also der klassische Porträtfotograf nimmt so zwischen 50 und 85 Millimeter. Ich kenne sogar Porträtfotografen, die noch höher gehen mit 105 Millimeter oder sogar 135 Millimeter gehen. Mein Highlight ist einfach, was ich über alles liebe und beim Porträtfotografie immer benutze, das 85 Millimeter mit dem Blende 1,4. Blende 1,4. Genau. Es hat ein wunderschönes Bouquet. Gerade die Lichtabzeichnungen, die durch die abgerundeten Lamellen wirklich das auch, die und tiefen Schärfe auch abrunden. Es sieht einfach wunderschön aus. Es ist super scharf und super schnell. Okay, und 1,4 Lichtstärke ist natürlich auch ganz toll, weil ich da im Prinzip natürlich mit geringster Schärfe spielen kann praktisch. Und das ist ja im Porträtbereich sicherlich ganz hilfreich. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass in Verbindung mit einer Alpha 7 III oder sogar mit einer R4 gibt es mit Sicherheit bombastische Ergebnisse. Richtig. Dann haben wir vielleicht noch für den Sport Tierfotografen, also Sportfotografen. Gut, da wissen wir, da ist der Klassiker, der 70-200. Richtig. 2,8. Und da gibt es ja auch ein Objektiv von Sony. Ganz genau, das ist hier das Weiße, das Kleine hier drüben. Auch von der G-Master Serie 70-200 mit der Blende 2,8. Das hat hier natürlich nochmal drei Regler und es hat sogar einen eingebauten Bildstabilisator, den man auch aktivieren und natürlich auch deaktivieren kann, je nachdem wie man es möchte. Und hat auch, wenn man natürlich den Bildstabilisator nutzt, zwei verschiedene Modis. Den ersten Modi benutzt man so für die normale Fotografie und den Modi 2 benutzt man, wenn man wirklich horizontal etwas fotografieren will. Heißt, zum Beispiel, wenn man als Fußballer fotografiert, die hin und her laufen oder halt wirklich so Autos fotografieren möchte. Genau. Das ist so das Highlight hier an dem 70-200. Und was natürlich die ganzen Objektive auch haben, sind hier die einstellbaren oder belegbaren Knöpfe. Ah ja, das wollte ich noch fragen. Also diese Knöpfe hier, da kann ich im Prinzip eine Funktion drauflegen? Ganz genau. Richtig. Das heißt, ich kann hier bestimmt eine bestimmte Funktion, also im Prinzip wie die belegbaren Knöpfe der Kamera. Ganz genau, richtig. Dass man da zum Beispiel sagen möchte, man möchte Augenautofokus drauflegen, wenn man da draufdrückt, wirklich auf die Person und das Auge scharf stellt. Super schön, man muss nicht erst im Menü rumsuchen, stellt sich das auf das Objektiv ein, drückt drauf und zeigt. Vor allem, wenn man das Objektiv ja in der Regel dann auch so hält, sodass ich im Prinzip direkt an die Knöpfe rankomme. Richtig. Und das Schöne ist halt natürlich auch, wir haben eine Stativschelle gleich mit dran bei den großen Zoom-Objektiven, dass man da gleich die Stativplatte drauf machen kann und das drauf machen kann. Dass es nicht wirklich so nach vorne noch wegkippt, wenn man die Platte am Gehäuse selber macht. Super. Und dann haben wir noch eigentlich, sagen wir mal, Sport, Tierfotografie, hat Sonja ein relativ neues Super-Zoom. Richtig. Richtig. Also wir sagen immer lange Tüte dazu. Genau. Das hat was für eine Brennweide? Das hat eine Brennweide von 200 Millimeter bis 600 Millimeter, hat eine Blende von 5,6 bis 6,3 und ist wirklich eins der beliebtesten Tele-Zoom-Objektive, was Sony momentan auf dem Markt hat. Wurde jetzt auch mit dem EISA-Award im Bereich Super-Tele-Zoom ausgezeichnet, also es spricht wirklich auch für sich. Dieses hat sogar noch einen dritten Stabilisator-Modi bekommen, der wirklich dann auch bewegte Objektive, die sogar auf einen zukommen, noch mehr sehen kann. Fast dann, ja. Richtig. Super. Also da könnte ich mir vorstellen, jetzt zum Beispiel könnte man ja auch durchaus eine ABS-C-Kamera ranhängen. Genau, richtig. Also für die Tierfilmer zum Beispiel, dann habe ich ja mit dem Grobfaktor 1,5, circa 1,5, 900 Millimeter Brennweide, wenn ich jetzt da richtig gerechnet habe. Genau. Und was man natürlich auch machen kann bei den ganzen Objektiven, die wirklich diese weiße Verkleidung haben, man kann die 1,4 und 2,0 Telekonverter da anschließen. Okay, sowohl beim 70-200 als auch beim 200-600. Genau. Man könnte sie auch prinzipiell die Telekonverter bei den 400 Millimeter Festbrennweitenobjektiv mit Blende 2,8 benutzen oder sogar am 600 Millimeter Objektiv mit der Blende 4,0. Das heißt, ich kann praktisch, könnte mit einer ABS-C-Kamera die Objektivbrennweite über 1,000 Millimeter pushen. Ganz genau. Richtig. Ja. Im Grunde genommen haben wir jetzt so die, eigentlich die Highlights abgeklappert. Sony hat natürlich ein Riesenprogramm an vielen anderen Objektiven, Festbrennweiten, unterschiedlichste Lichtstärken, kompakte Objektive. Also es ist für den Filmer was dabei. Es ist also im Prinzip für jede Anwendung in irgendeiner Form was dabei. Und es gibt natürlich dann noch, ich sage es mal, auch High-End Objektive. Das haben wir jetzt nicht hier stehen und haben es auch nicht dabei, weil es ist ein Objektiv, das natürlich auch preislich im Mittelklassewagenpreis irgendwo liegt. Das ist das 400 Millimeter 2,8 und das 600 Millimeter 4,0. Würden auch hier jetzt unseren Tisch, glaube ich, auch schon sehr ausfüllen, sodass die jetzt mal nicht hiermit stehen. Das sind also extrem lichtstarke Objektive, die dann eben auch wirklich für Fotografieren in der Dämmerung oder sonst irgendwie geeignet sind. Und wie gesagt, sind natürlich Objektive, die im Bereich um 13.000, 15.000 Euro liegen. Super, okay. Wir haben hier noch eine Frage aus der YouTube-Community. Die Frage ist, warum programmiere ich die Tasten an den Objektiven? Das muss man in der Kamera selber sogar programmieren. Da gibt es den Punkt mit den belegbaren Tasten, die man da einstellen kann. Also da, wo ich ja auch die Tasten des Kamerabodys programmiere, finde ich dann auch die Tasten des angeschlossenen Objektives. Genau. Und kann die belegen. Ja. Wunderbar, danke schön. Okay, da haben wir noch eine Frage beantwortet. Also ich denke mal, wir haben soweit jetzt alles durch. Natürlich könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde über Objektive reden. Das macht wenig Sinn. Max, ich danke dir für die informativen Ausführungen zu den Objektiven. Ich danke dir. Und wir wollen damit den Open House Online beenden für heute. Die Herren Kleiber, dann würde ich mal sagen, dann verabschiede ich mich mal geschwind. Und die Herren Kleiber lösen mich hier nahtlos ab. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.